Alter, wie's bei mir ruckelt, Rom! Ja, hallo, Wolf! Was ist da los? Stah los, stah los, stah los. Thomas, ich brauch jetzt echt einen Ofen. Mann, Ehemann, mach doch mal hin! Günther! Mann, Thomas! Günther ist auch gut. Okay, such mal Stein. Ja, jetzt mach ich mich schon auf die Suche. Ich hab ganz viel Sand. Ja, toll, brauch ich eh nicht. Ich glaub, dass einfach nach unten irgendwann wird der Stein kommen. Ich hab Kohle! Ich hab Penis! Ja, sorry, aber das musst du jetzt einfach... That's Entertainment! Epic fail! Epic fail! Oh, noch mehr Kohle! Thomas gibt jetzt einen Harten für Kohle. Schau mal. Wollt ihr euch mal schlafen, Ding? Wär ganz cool. Wär voll crazy. Hallo? Okay, ich breche mal kurz die Aufnahme ab. Ich hab einen Con-Lost gehabt. Ich hatte leider einen Con-Lost und dadurch... War mal kurz das Signal weg. Es tut mir leid. Ich würde sagen, wir gehen erstmal alle schlafen. Was haltet ihr davon? Ich hab leider noch kein Bett und keine Wolle, um schlafen zu gehen. Das Problem ist... Also müsste die Nacht jetzt wohl wohl oder übel durchstehen. Oh, nein! Wo ist dein Vater? Egal, wir sind jetzt hier sicher, John. Ja, aber bau dir erstmal ein Bett, bitte. Mach ich jetzt. Gut. Wollt ihr schon sehen, in der Home-OWG geht's schon heiß her. Ja, klar. So, jetzt teste ich mal meinen Wasserfall. Bzw. meine... Sehr gut, hat genau gereicht, perfekt. Ähm, Leute, braucht man... Braucht man für eine Angel zwei Fäden oder... Zwei Seiten, ja. Zwei Seiten, okay, gut. Könnt's mal langsam wieder Tag werden, Mond geh runter, schneller. Ich werde jetzt auch mal demnächst bei den anderen schauen, was sie so gemacht haben. Wie weit der Stand ist. Aber erstmal muss ich mir meine Wohnung besichern. Ja, das ist auch meine nächste Aufgabe, wo ich... Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hm. Scheiße bauen. Ist immer gut. Trau mir. Hm. Ich hab keinen Bock rauszugehen, weil dann werde ich wieder angefallen von irgendwelchen... ...vor mir spawnenden Viechern. Dann lach ich dich aus. Das ist auch angepasst. Ich hör sie schon. Ich hör sie schon. Ja, das ist das Problem. Die... ...campen wieder vor unseren Sachen. Die kämp... Fucking Camper! Ja. Ja, ja. Viel Dreck gegen Camper. Ich bräuchte noch einmal Seide von der Spinne. Ich hab noch. Komm zu mir. Hast du. Ich guck dir besser nochmal nach, bevor du kommst. Ja, ich hab vier Seide. Also... Aber nur zu viert eigentlich. Also... Hm? Ich dachte, das ist doch... Wenn einer lang genug drauf kloppt. Ich glaube, wir spielen auch normal. Ja. Ja. Also bei mir steht zwar easy, aber das... Easy. 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 Obstellen. Weil easy to easy ist. Weil der Hände das nicht singt. Easy to easy. Ah, der Panda. Ich weiß bei mir doch mal ein Skelett. Crow braucht doch ab und zu mal Herausforderungen. Könnt er doch nicht bringen. Can, komm schon zu mir. Äh, ja, das ist lustig. Was ist das für mein Kopf? Ich kann hier nicht aus... Ich kann hier nicht aus dem Haus raus. Ich hab da mit los und hinten ein Skelett getrunken. Könnt er jetzt voll weg. Wahnsinn, ey. Du bist echt voll der Partner. Ich geh mal weg. Ich geh mal weg, Rinker. Ich würde ja gerne raus, aber... Es geht nicht. Ich komm hier keinen Meter... Nein, 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 nein. Oh, fuck. Ich hab mir gerade aus Versehen 10 Schwerter gebaut. Der Thomas ist so geil. Oh Gott. Thomas, du bist... Du bist ein übelster Pro. Thomas, geh mal weg. Danke. Boah, da schickt er seinen Ehemann schon fort, die die Ehe bröckelt. Ich hab... Ich hab jetzt so viel... Alter, Thomas. Epic. NICHT THOMAS! NICHT THOMAS! NICHT THOMAS! Was denn, es gibt doch nur die... Ich hab doch ein Schwert, man. Ich hab doch 10 Stück. Ich hab sogar 10 Schwerte. Schlabberst du? Aber ist ja okay. Ich mach jetzt mal ein bisschen Schwe... Ich hol dir hier eine Spinne. Thomas, ich koch jetzt ein bisschen Schwein für uns. Ich hol dir eine Spinne. Ja, danke. Das hört sich richtig gut an, Jungs. Das hört sich so episch mit euch, ganz im Ernst. Wir werden jetzt im Endeffekt über die Aufnahme, wenn wir uns das nur angucken im Internet. LOL! Das ist einfach toll. Gibt's eigentlich Unterschied zwischen grün und Dings und roten Spinnen? Nein, das ist scheißegal. Oder den Creeper kämpf ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Da hab ich keinen Bock drauf. Mach mal auf. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich hab einen, äh, hier. Eine. Ja, mehr brauch ich nicht. Danke. Da liegt's doch dem Mongo. Ja, irgendwie... Hab ich das genommen? Ja. Ich hab's genommen. Ja. Das nehm ich als... Oh shit. Jetzt bräuchte ich noch Holz. Nee, da hab ich noch Holz. Nein, ich komm zu dir übrigens. Holz liegt dein Stack? Nee, ich hab schon. Ich hab schon Seide. Danke. Ah ne, ich hab Holz. Ich hab schon Seide. Da. Wie macht man denn nochmal, die Angel? Ich hab's schon wieder vergessen. Moment, Entschuldigung. Drei diagonal gelegte Stöcke und in der ganz rechten Reihe die untersten Beine, also unten und Mitte, äh, Seide. Okay, danke. Ich hab's. Danke. Bis zum nächsten Mal. Kannst du auch ne, äh, Karottenroute machen? Woah. Ja, dann kannst du die Schweine reiten. Das hab ich schon gesehen, ja. Der Schweine... Wo kann man Achtein, wenn man die ganzen Viecher nicht hört? Oh oh, Creeper, Creeper, Creeper. Ich leg... Ich hab gerade auch weggebrochen. Ich leg ihn weg vom, vom Haus. Am besten kann ich ihm. Hau ab, Mann. Flieg doch, du bist doch Batman. Voll. Geh weg, geh weg, geh zum Karim. Als nächstes Mal, wenn wir aufnehmen, fordere... fordere ich no lags, weil das ist gerade echt schlimm. Ja, dafür kann ich... Nein, der gibt... Das ist einfach... Komm her. Komm her. Beim Lufts eigentlich ganz okay. Steht nicht die Möglichkeit auch, dass jemand anders den Server hostet und dass die Dateien trotzdem gleich bleiben? Geh... Hier hast du der Karim. Leg ihn zum Karim. Nein, das ist unfair, das mach ich nicht. Okay, Mimi, das ist unfair. Ah fuck, hier. Äh, mein Kohleloch. Mal gucken, dass dieser scheiß Creeper weggeht. Kann ich mir bei euch ein Stück Fleisch ausleihen, Thomas? Nur ein Stück. Der Creeper ist so dumm, ey. Was brauchst du? Ein Stück Fleisch. Ich geb's euch auch wieder zurück. Ich hab nur gerade vergessen mitzunehmen. Ja, nimm's ruhig. Wir sind offen für alles. Darf ich alles nehmen? Wollen wir so Schwänze gehen? Nein, bitte nicht alles. Wollen wir so Schwänze gehen? Ist immer so genial, Hendrik sagt fast nichts, aber wenn er was sagt, ist es gut. Oh, da ist Lava! Fuck! Hier ist Lava. Lava. Steffen, du musst mal ein bisschen aufpassen, weil da kommt grad ein Creeper zu dir über das Wasser. Zufall. Kilometer weg. Ne, ich sag's nur. Nicht, dass du da nachher erschreckt wirst von dem... Okay, danke. Ja, Kohle, fall bitte in die Lava. Oh, süßer Wauwau. Miau. Du gehst grad ein bisschen steinfarben, Thomas. Ich find's so geil, dass der Thomas mit der Janna zusammen wohnt. Ich find das, das passt so gut zusammen. Er hat das ganze Schwein weggenommen. Das liegt in der Truhe, man kann's nicht mehr zurück in den Ofen legen. Dankeschön. Hab ich denn's geil, dass ihr schon Getreide gemacht habt? Da könnt ihr als erstes Tiere aufzüchten. Tiere züchten. Ja, sag ich doch. Sag ich doch auch. Und jetzt geh ich noch angeln und dann ist alles gut. Wie viel Kohle ich hier hab, alter, fuck, wie geil. Wie viel Kohle hast du denn? Keine Ahnung. Ich mein, die Ader hier. Ich mein, das fällt... Eher alles runter hier in die Lava, aber... Egal. Egal. Wo bist du denn, Thomas? Direkt vorm Haus, in dem Loch. Jaja, ich seh's. Ich komm dir mal zur Hilfe. Die HomeOWG wächst und gedeiht. Boah, alter, du musst aufpassen, da ist Lava. Ach was, nein. You don't say. Thomas, jetzt hätt ich gesagt Lava. Ich... Warum lacht keiner zu diesem Letzter? Wo ist denn ich? Hahaha. Lava. Na ja, fahrs Karim nächstes Mal. Oh, Mann. Hä? Oh, wie geil. Ich dachte grad, was ist das für ein Haus? Sieht natürlich schon saugeil aus. Ja. Oh, das, das Eisen. Der Jan, der hat hier voll die geile Scheiße gemacht. Was macht Banky eigentlich? Oh mein Gott, scheiße. Jetzt bin ich schon wieder... Der macht das Baumhaus, oder? Nein, ich bin... Ich mach das Baumhaus. Benki... Ihr seid die einzige Homo-WG hier. Hahaha. Nehmt euch natürlich keiner übel, äh... Ich glaub, ich schau uns mal an, was die anderen machen. Also, Junt-Sponing haben wir jetzt gesehen. Bei mir musst du noch den Koordinaten gehen. Ich bin ein bisschen weiter weg, weil ich keine Location gefunden habe. Äh... Äh... So hier hinten. Ah, okay. Ja, so da. Hahaha. Kadar... Ja. Das ist das... Äh... Ihr seid die alltid... Ach Redramatik. Also her Time Damit gone. Mm-hmm-hmm Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.